hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde dead by daylight so wie sind heute einzelkämpfer spieler alleine wir fangen an mit überlebender so dann haben wir noch ein paar blutpunkte auszugeben das machen wir ja grad so was haben wir denn da schönes was noch was noch wir sind ticket hört sich auch nicht schlecht an so bevor wir in die lobby reingehen würde ich sagen richten uns mal deutlich die chance doch es mit blindern will ich auch jetzt mal das nehmen wir was mit nein wir machen es mal ohne just for fun yoohoo Schade, ich dachte, mal gucken, wie sie darauf reagieren. Ah, ja, Colt-Film-Farm wäre nicht schlecht. Mal gucken, was für ein Killer ist. Oh, alles bloß nicht diesen verfluchten kleinen Pissergeist. Dann wäre mir sonst alles recht. Und nicht so eine Campermuschi. Es ladet und ladet und ladet. Ja, es ist schon gespät. Ihr hört es vielleicht, mich hat es ziemlich erwischt. Oh, gestörten Abteilung. Oh, ich habe eine Vermutung, gegen wen wir kämpfen. Aber muss ja nicht sein. Ich habe es ziemlich erwischt. Ich bin sehr, sehr erkältet. Oh, da waren die anderen. Boah, hau ab! So, wir müssen uns nach links durchschlagen. Okay, äh, jagt jemanden. Woher läuft mir denn rum? Mal gucken, ob keiner kommt. Kann. Ach, scheiße. Aber wie Kischling. Egal, machen wir mal Generatoren. Hab ich gesehen? Nein. Oh, er muss in der Nähe sein. Wenn so schnell Quick-Typen-Events kommen, ist der Geist nicht weit entfernt. Man hört zwar den Herzschlag nicht, aber er ist schon in der Nähe. So, heilen wir dich mal. Das ist besser, wenn ich den Generator mache. Er sucht immer noch, hä? Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt. Lass mich... Naja, er muss ja natürlich mich finden, ne? Sonst wäre der Klapp. So ne Scheit. Lass mich in Ruhe, du flöde Sau. Oh! Ah! Nein! Nein! Es bringt nichts zu wiggeln. Da vorne ist gerade mal haken, aber... Egal! Wiggle, wiggle, baby! Wiggle, wiggle! Egal! Kämpfer? Kämpfer? Ja! Na ja! Das schaffe ich wohl nicht. Oh, ich muss schon kämpfen. Oh! Oh! Er will mich. Schande ich. Oh! Oh! Er will mich! Heile mich doch mal. Oh! Oh! Na gut Ok, lass uns schnell den Generator Ach, ist fertig, gut Geht's jetzt im Keller runter Nein, geht's nicht Oder? Nein Nein, die Camper-Zone Geht ihr durch? Lauf weg! Lauf weg! Komm schon, komm schon Oh, Mann Sorry Opener Fuck Wie ist denn der andere? Wollt ihr ihn doch? Ja, da kämpft sich da wieder einen ab, Mann Halt durch, ich komme hin Ja Nein So, komm schon, ey Schatten wir's Schatten wir's Schatten wir's Jetzt läuft's Jetzt läuft's Okay, da war er. Da hab ich gesehen, die Sau. Okay, schnell weg hier. Hopp. Puh, haaa. Da war schon der zweite, was kann gewesen sein. Oh, das sieht schlecht aus für mich, ne? Nein, 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 wo war denn der Ausgang wieder? Gut. Oh, 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 oh. Okay, wartet er hier auf mich? Nein, juhu, wir sind nah entkommen. Geile Folge, geile, 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 geile Folge. Okay. Lennart. Wahnsinn. Puh. Das ohne Medipack, ohne irgendwas, nicht schlecht. So, geben wir mal ein paar Pünktchen aus. 4.000 Tankler. Ich glaube, ich gehe noch auf das. Ja, wenn immer wieder 50% Punkte für Selbstlosigkeit. Kann nicht schaden. Schauen wir mal, in welche Gruppe wir jetzt kommen. Das war jetzt eine Hammergruppe. Hier hat jeder jedem geholfen. Obwohl ich die nicht kannte, das war spitzenklasse. Wow. Nice. Na, hat nicht geklappt. Und jetzt werde ich wahrscheinlich sowas von ablosen. Na, komm jetzt. Erröntchen noch. Erröntchen noch. Er will einfach nicht. Was ist denn da? Äh? Na, also. Komm jetzt. Juhu. Oh, jetzt ist der Killer wieder raus. Also den sollten sie gerade mal so 10.000 Blutpunkte sofort nur dafür, dass er rausgeht. Oder, aber Blutpunkte, das wird die nicht jucken. Ein Level. Dass die ihre Perks verlieren. Ein Level runter. Fertig. Das machen die ja nie wieder. Solche Pisser, ey. Die hasst die Killer. Ey, ich bin jetzt Killer. Ich bin jetzt Killer. Ah, nee, ich gehe doch lieber raus. Die sind mir zu gefährlich. Das ist bestimmt ein 3er-4er-Team. Im Gegenteil, wenn du gegen Team spielst, hast du größere Chancen zu gewinnen, weil sie keinen im Stich lassen werden. Benutze sie als Köder. Sehr gut. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt. Mal gucken ob sie was zurückschreiben Ja, der eine ist begeistert Oh, 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 75 Bonus Verfolgungskarte Oh, Mann, das heißt nichts Gutes, nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes Das wird, ich schätz mal, Minimum Level 10er Killer sein Oder natürlich auch ein ganz unerfahrener Der lenkt sich der, oh, 75% Punkte da, kann ich jetzt Punkte machen, auch wenn die entkommen Nein, falsch gedacht Das ist ja für bestimmte Kategorien, oh, Gott sei Dank Eisenhütten in der Kral Ja, nice Gleich mal den Keller runter, die Kiste durchsuchen Nicht gut Oh, Mann, nee Kacke Ja, okay Nein, Moral Ja, okay Ich binector Ja, klar Ja, bitte Ja, ich bin Ich bin Nein, der hat mich gesehen, scheiße. Naja, egal. Wenigstens hat er die andere nicht erwischt. Wiggle, baby, wiggle. Okay. Camper? Camper? Ja, nein. Blöde will mich, oder was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, perfekt. Ich wollte schon gerade sagen, weit und breit keiner zu sehen, der mich heilen kann. Puh. Danke, Uri. Ein Generator. Ein Generator. Sehr offene Fläche hier ist sehr gefährlich. Nein, läuft der Generator schon los? Nicht hin. Aber ein fairer Spieler, muss ich sagen, der Killer. Er kämpft nicht. Also Hut ab. Sehr schick. Das wär's natürlich. Zwei Folgen, wo wir entkommen. Wahnsinn. Das war die andere. Ich hoffe, ich sind die nicht. Lauf So André Läuft er durch Ja Nice Mega mega cool Wahnsinn Das war mal was ey Ach Level 11 Ich lag gar nicht mal so falsch Na gut Ich hoffe die Folge hat euch gefallen Würde mich sehr über ein Like Oder einen Kommentar freuen Vielleicht seht ihr euch ja selber in der Folge Hier links seht ihr ja die Namen Wenn es Natürlich sowas von Krass war die Runden Dass ihr sagt Oh ich gebe ein Abo Sehr gerne Würde ich mich sehr freuen Ähm ja Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ich hoffe mir geht es das nächste Mal besser Muss jetzt leider aufhören Mir geht es überhaupt nicht gut Pibi sagt Danke Und bis bald Ciao ciao